Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Trouble in Terrorist Town. Ich habe mich hier ein bisschen gemutet, damit das hier alles cool ist und ich die Leute nicht verstöre, während ich hier die Anmut mache. Mit dabei sind auch einige Leute. Ihr werdet es schon früher oder später genug sehen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ja, wie gesagt, jetzt viel Spaß. Oh, ich bin fertig mit Anmord. Ich hatte auch einmal Yuki. Ich hatte zweimal Yuki als Partner gehabt und sie hat mich jedes Mal enttäuscht. Yuki hat dich enttäuscht. Warum? Definieren. Emma, komm hier! Sie hat einen Gegner, der gestanden ist nicht getroffen. Hier liegt ein Shotgun. Ja, ich bin ein Shotgun. Ich bin ein Shotgun. Wo bist du? Oh, da ist irgendwas in die Luft geflogen. Ja, das war ich mit der Diskunbelautung. Ähm, nein, das war eine Melon. Also, der war ich an der anderen Wand. Ich bin bei dem Umkleiden. Ja, ich bin gegenüber von dir. Wenn ich der will... Welches gegenüber von mir? Äh, hinter der Rutscher. Hinter der Rutscher, okay. Bei der Map haben wir uns darauf geeinigt, den Traitor-Tester nicht zu benutzen, übrigens, ne? Deshalb bin ich ja auf die andere Rutscher gegangen. Ah, okay. Ich habe die noch nie benutzt. Ich wollte bloß nochmal allgemein daran erinnern. Warte mal. Erstmal muss ich mir jetzt hier die Diebel mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Wie komme ich eigentlich aus dem Wasser wieder raus? Ähm, wenn Marcel die Traitor-Falle benutzt, dann... Marcel, wer? Wie ist eigentlich der Alive-Status? Alle noch da? Ja, ja. Ich glaube, ja. Ja. Marcel redet zwar nicht. Oh, ich habe das Baby-Plunch-Becken gefunden. Lompi? Ja, ja, ich bin da. Hallo, Hilfe. Ich bin am Baby-Plunch-Becken. Ein Baby-Plunch-Becken. Baby-Plunch-Becken. Hilfe. Du hast den abgeschossen. Nein, nein, nein. Er hat auf mich geworfen. Hier. Hier. Ich komme nicht raus. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Okay. Ich habe bloß gesehen, dass du jemanden gekillt hast und habe vorher keinen Schuss gehört. Was hat denn der dann geschossen? Er hat auf mich einen Bum-Ball. Okay, okay, okay. Du bist, du bist konfirmt. Du bist konfirmt. Hier. Lompi. Ja, ja, ja. Hier. Ich beschütze dich. Du hast gesehen, ich habe die geklickst drauf. Ich habe mich dreimal getroffen, bist du immer noch nicht tot. Hilfe. So, danke schön. Oh, ich sehe gerade, ich habe schon eine Schatten an. Ich habe die jetzt gerade aufgehoben. Au. Bloody oder? Bloody. Weil die andere der Traitor-Tester ist. Ja, und? Bloody? Die dürfen wir nicht benutzen. Benutzen? Ist ja aufgehend. Oh, wie der nicht. Ich habe bloß 20 Schaden bekommen. Nein, nein. Wenn du rutschst, dann siehst du, dass du Traitor bist oder nicht. Ich habe gedacht, du hast es gar nicht bemerkt. Du hast es bemerkt. Ne, ich meine es. Der Bumarang lag sogar noch neben dir. Ich dachte, du hebst ihn wieder auf. Nein, ich hebe ihn auf. Oh, Mann. Sei mir. Warum bist du ein Pädobär? Du gehst ein Pädobär. Jetzt können die Pädobär nicht mehr. Nein, ich bin im Juno, im Juno, im Juno, im Juno. Ne, du wirst ihn. Ne, ja. Hä? My the fuck, habe ich die Diener nicht aufgenommen? Nein, Bloody, wie fandest du das, dass ich deinen Traitor-Kollegen mit seiner eigenen Waffe getötet habe? Naja, selbst schuld, ne? Aber manchmal noch sehr ähmlich, ja. Warum hast du mich umgerüttet? Warum gibt es hier eigentlich nur Rifles? Ach, einfach so. Weil die eigentlich ziemlich gut ist, die Rifles. Ja, geh auf den Merk. Aber ich bin jetzt weg. Tschüss, ihr Loser. Maus hat keine Waffe. Maus ist Traitor. Maus hat alles Traitor. Yuki schießt auf mich, Yuki. Yuki hat keine Ahnung, wo du bist. Yuki will mich vergewaltigen. Immer. Woody hat nicht gut, Woody ist sehr, sehr mutig. Hi, Ama. Hallo, Ses. Hallo, Ses. Alles cool? Na, wie kennst du deine... Ja, ich geh schon. Pass, Lampi. Welcher ist netz? Aha. Ladi, du bist... Ladi, du hast mich verkleidet. Ich geh weg, Ladi. Bin ich Pädoubeer? Ich zieh mich jetzt zurück. Ja, du bist... Ah, ich bin Lampi gefunden. Ah, egal. Ladi, können wir alles wieder reingehen? Ja. Ich werde... Ich bin noch... Ich hab daneben geworfen. Okay, wer ist das Lampi? Lampi hat mich angegriffen. Hab ich gar nicht, hab ich gar nicht. Sie lügt. Lampi, komm her. Hä? Okay. Wir gehen jetzt auf dem Abenteuer. Safe, safe. Nein. Safe, Lampi. Was? Hä, war Lampi nicht grad noch verletzt? Nein. Lampi. Ich steige gerade Berge, Ama. Ich hab ne... Ich hab ne Rauchkran... Ey, ey, schnell, schnell, schnell. Ich hab die Rauchkranade hier geworfen. Wo bist du? Da bist du. Ladi, Ladi. Yuki, haut ab. Yuki, haut ab. Ja, was machst du da? Ja, ich bin hier. Oh, wat? Lampi, wann ziehst du auf mich? Der Pädofrosch. Bloody fängt an zu fliegen? Was ist da los? Hast du gefurzt? Ja. Da ist der Pädofrosch. Ich glaube, ich glaube, Bloody ist Traitor. Der ist gejetpackt gerade. Ja, der ist da oben. Da ist Bloody. Bloody ist da oben. Der hat gejetpackt. Und ich hab's zu spät gerallt. Marcel? Wir sind das Team Pädof. Es gibt keinen Verrat. Also, Yuki, wenn du innocent bist, dann ist alles cool. Aber... Ja, ich glaube ja, dass du's bist, Lampi. Ich bin's ja aber... Marcel, du komischer Pädofrosch, geh weg von mir und zieh nicht auf mich. Wie der aussieht. Marcel? Hm? Marcel, wag es nicht. Wo ist Bloody hin, Marcel? Sag uns, wo dein Traitor-Kollege ist. Sag es uns, oder wer folgt doch nicht. Ich bin innocent. Bloody ist, glaube ich, tot. Ja, okay. Nein, Bloody ist da oben. Aber ist weggehavert. 100 Pro. Bloody ist auf dem Dach. Ist der confirmed, oder was? Er ist da hochgeflogen. Bloody steht auf einem Dach. Okay. Soll ich noch mehr dazu sagen? Ich beobachte lieber Marcel. Ich beobachte Marcel. Marcel hat nur eine Pistole anhand. Dong, dong, ding, dong. Bing, bing, bong. Jetzt hat er wieder seine Shotgun. Bloody ist da oben auf diesem Dach hier bei der... Ja, wie sieht er aus? Mann, du... Ja, immer aussah. Hä? Ha, lol. Bloody. Vielleicht hat er sich ja inzwischen auch disguised und ist weggerannt. Ah, Woody. Woody, 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 Woody. Woody ist safe. 100 Pro. Melan Launcher. Woody, Melan Launcher hat mir vom Kopf gehauen. Ich bin fast tot. Hab nur noch 5 life. Ich hab Bloody entdeckt. Bloody, schieß gerade Bloody ab. Bloody ist tot. Ich weiß nicht, was Blompy meint. Ich hab ihm nichts getan. Ich confirm ihn. Bloody's Raider. Ich nehm sein Jetpack. Was ist das? Uiuiui. Uiuiui. Äh, fliegt. Gegen den Pedogran. Uiuiui. Er regnet eine Shotgun, Zep, falls du bist. Ja, ich geh da hoch. Ich snipe ein bisschen. Aber wo bist du? Boah, dieser Jetpack, Alter, ne? Leckigeschiff. Gibt's eigentlich so in begrenzter Zeit, wie du fliegen kannst, oder? Mh, nö. Shit, nix, irgendwas. Ja, ist ja op. Irgendwie das Gefühl, dass einige tot sind. Also Lumpy ist tot. Wattdecker schießt doch nicht. Oh Gott, ich hab wieder eine scheiß Ecke. Marcel, dass ich euch aber geopft habe. Ich stehe den Kampf dazu. Ja, ich mich gegenseitig töte, Alter. Oh, fuck. Wow, I am... Mama, das werde ich dir niemals verzeihen. Ich weiß. Habt ihr das nicht mitbekommen, dass ihr gesagt habt, dass er Traitor ist? Ja, doch. Aber ich war mir erst mal nicht sicher. Aber ich hab Amma nicht gesehen. Ich hab Amma nicht gesehen. Blutty, warum bist du eigentlich da hochgeflogen? Vorbelauben? Eigentlich, wo euch eigentlich vorhattet, es zwei von euch wegzuballern mit der Sniper. Das heißt, du Cheater, Alter. Du kannst da auch anders auf sein Gex auf fliegen. Das ist ja auch nicht klar. Ja, nimm ihn mit. Eigentlich war es ziemlich der, mich da hochzufliegen. Aber hast du mich nicht gesehen, wie ich dich weggemacht hab? Mama, ich werde dich beim nächsten Mal vernichten. Ich hab mir noch kurz gedacht, ah... Oh, nee, nicht die Pistel? Ja, das haben gesagt. Yuki ist ein verwirrter Mensch. Ja, weißt du, sie hat sich gerade umgedreht, als ich sie auf die Geschosse nachhabe. Sie hat mir doch ins Gesicht geguckt. Ja, hab ich. Na, hat sie gesagt, ja, bitte schießen. Oh Gott, Lompi. Mach mal hin. Muscle. Alter, diese Spinde, die sind... Erstens, übrigens sind die viel zu klein, die Spinde. Und zweitens stehen die voll im Weg. Ja, ich hab Lompi hinter mir. Ja, ich hab Wudi vor mir und Yuki. Mama, Mama, Mama. Oh, oh, das klingt nach KOS. Yuki und Wudi. Sie stehen beide vor sich, sie kaufen parallel. Du hast die falsche Waffe dafür, Yuki, das ist ja klar, ne? Ich hab keine Ahnung, was ich für eine Waffe hab. Du hast eine M16, ich hab einen Shotgun. Ich hab auch eine M16. Lompi, geh weg von dir. Das ist eine Sache zwischen Amma und mir. Ja, okay, ich will bloß zugucken. Amma, warum guckst du auf den Boden? Weil du auf den Boden guckst. Nein. Ich guck auf deinen Kopf. Ja, ich guck auch auf deinen Kopf. Das ist immer so. Jetzt schieß doch endlich mal. Nein. Hat Lompi grad geschossen. Ja, ich habe geschossen. Ich hab aber gedacht, der eine von euch beiden ist Trigger-Happy. Trigger-Happy? Lompi, schieß doch nicht nach Marlafen. Ich hab nicht auf dich geschossen. Ich hab 90 Grad nach rechts geschossen. Ah, jetzt bin ich im Kreuzfahrer. Da sollten wir vielleicht mal ein Auge auf den Rest haben, bevor wir uns... Ja, eigentlich schon. Ich geh mal suchen. Juki geht jetzt bestimmt kaufen. Ja, Juki geht jetzt kaufen. Und... Marcel ist weg. Mal die ganzen Dinger hier kaputt schießen, damit man ein bisschen durchgucken kann. Mach mal selbst einen Traitor raum. Marcel ist Traitor. Ich bin im Wasser. Marcel ist im Wasser-Safe-Traitor. Ja, der ist im Wasser. Achso, da ist Marcel. Marcel ist am Wasser. Der hat mich eingelogen. Marcel, ich seh dich. Was machst du da? Wo sind die anderen eigentlich? Versteckt. Juki hast schon gut eingekommen. Nö, ich hab mich versteckt. Ihr seid mir jetzt alle zu böse. Lass mich davon kommen. Wollen wir Juki suchen gehen? Warte, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, geil. Mir springt ein Frosch an. Juki, 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 Juki. Da hast du immer noch deine... Juki ist weiter, Juki ist weiter. Ich geh mich mal kurz umziehen. Okay, komm her, Cez. Komm, Knudel. Marcel war gestanden. Marcel war gestanden. Er hat nichts gemacht. Oh, ich hab mich umgezogen. Marcel war einfach innocent, bladdy. Gibt's heute zu reißen, also auch noch. Gibt's heute zu reißen, also auch noch. Okay, Cez ist das, Juki. Ich bin es nicht. Tut mir leid, leider. Hä, was macht ihr hier? Ich weiß einfach nicht. Er hat eine Pistole. Nee, er ist immer so schockt. Juki, geh weg, du siehst hässlich aus. Okay, irgendjemand hat gerade das Ding zugemacht. Das war wahrscheinlich Marcel. Wo war denn das überhaupt noch? Das war noch Träteraum, ne? Bin ich wieder Jesus? Juki, guck mal hinter dich. Bin ich wieder Jesus? Nein, du bist gar nichts. Geh dich weiter umziehen. Okay, jetzt müsste ich wieder Jesus sein. Jesus, gut, gut, gut. Pädobär hinter mir! Scheiße, holy shit, holy shit. Ach, weißt du was? Nein. Scheiße, nein. Er ist schon nett. Oh. Ich hab' ein bisschen Spaß oder aber. Warum bin ich jedes Mal mit Lou im Juki, deinem Partner? Du wolltest dir doch schießen beibringen, hast du gesagt. Ja, aber hier war... Ich hab dich doch erschossen. Nein, hast du nicht? Ich war nachgeladen und du bist einfach weggehalten. Ich dachte, ich hab dich schon erschossen. Oh, Mann. Yeah. Ja, ich bin halt so in dem Spiel. Ja, ich bin halt so in dem Spiel. Alles gut im Rauchen. Mann, ich wähle immer die falschen Waffen aus. Du musst den Shotgun nehmen. Du nimmst vor allem zu einem 16. Weil ich mit den anderen nichts schießen kann. Der Shotgun, da musst du nicht wirklich schießen können, dann. Ganz ehrlich. Du musst einfach nur draufhalten. Komm jetzt auf den Kopf und dann alles wegnehmen. Oder du sneakst dich an die Leute an, trotz auf den perfekten Kopfschuss. Oder du bist kein Schwarzverderber wie Lumpy und gönnst mir noch den Tod. Ach, Mosse bewegt sich plötzlich wieder. Jetzt muss es weitergehen. Was? Sneaky, baby. Frist internet Grenade. Wer von euch ist Twitter? Ich will auf jemanden schießen. Ich bin Twitter. Mosse ist Twitter. Okay, Amma. Yuki, komm mit in die Kabine. Amma schießen, Amma schießen, Amma schießen. Warum? Das war ja gesagt, er ist Twitter. Ich hab gesagt, ich will auf jemanden schießen. Er hat gesagt, er ist das. Also darf ich auf ihn schießen. Oh, warte mal. Ich beobachte dich, Mosse. Aber das ist logisch, oder? Dann würden wir uns aber nachher im direkt selber angehen. Das hat sich ernsthaft die Huge aufgesammelt. Ich kann mit dieser Scheißwaffe einfach nicht sagen. Wo es so viel besseres gibt. Hier liegt eine M16. Selbst die ist besser. Sagt mal, ihr wisst schon, dass ich gerade weg von euch bin und auch in den Twitter rumgehen könnte. Hast du da noch eine gute Info? Ja. Bladi ist es, Bladi ist es. Ich hab die ganze Zeit den Blick gewissen. Mosse bin mit der Huge-Snipern. Was? Amma und Bladi sind es. Amma hat gesagt, ich und Bladi. Ja, aber gerade konfirmes. Hä? Hä? Juki, was ist denn bei dir? Mosse, was machst du? Was ist los bei dir? Hey, ich hab... Amma, 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 weg, 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 weg. Amma, 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 amma. Oh, oh, bla, bla, bla. Nee, du bist nicht Bladi. Ähm, Seth, Seth, Seth. Hua! Seth, 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 Seth is hinter mir. Blum, blum, blum. Oh. Hallo. Und die zweite Türen zu mir. Bladi geht in die Umkleide. Bladi geht. Juki? Hast du was von der Privatsphäre gehört? Bladi ist in die Umkleide. Hey, der bladi ist zuhinter. Die Lüge verfolgen. Ja, aber Lumpy ist verfolgen. Ja. Die Lüge Lumpy? Hi. Hallo, Woody. Marcel hinter mir. Hey, wo ist Amma? Marcel snaipert immer noch mit seiner Huge. Hey, hey. Hallo. Ah, Marcel rastet voll aus mit der Huge. Oh, warte. Ey, jetzt hat er meine... Jetzt hat er, weiß ich, meine Shotgun gesnackt. Dann nehm ich da für deine Huge. Ach so. Ja, wir auch kommen. Ah, ich wollte den Riffel. Bladi. Hi, Yuki. Willst du dich umziehen gehen, Bladi? Willst du kaufen gehen? Okay, okay. Komm, Yuki. Wir gehen zusammen rein. Gute Team, wir bei. Nein, dann machst du am Ende noch Niko 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 Niko. Also ich finde, das ist jetzt schon mal so doof. So was mache ich nicht. Das hat mir gerade freundlicherweise eine Waffe dir hier. Nein, du bist auch nicht das Bild von Niko 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 Niko. Hier, du bist aus Love Life. Ach, hast du das Bild gerade? Ja, du bist aus Love Life. Ich weiß noch nicht, wer du bist. Okay. Oh, mein Gott, wo kommst du denn schon wieder her? Äh, Moment. Die heißt, ähm, ja, Savanita. Was steht da mit der Sniper? Marcel, Marcel, Marcel. Hä, du brauchst ja gar keinen zum Hochboosten. Ja, Marcel, Marcel ist auch oben. Easy. Man braucht ja niemanden zum Boosten für. Hier braucht man jemanden zum Boosten, kann das sein? Na komm. Ja. Kannst du mich auch dafür boosten? Keine Ahnung, ob ich das kann. Ich, ich, ich teleportier mich. Ich hab's hochgeschafft. Nee, ich hab dich doch geboostet. Ja. Ich glaub, man muss sich dafür was mitbringen. Nein, nein, nein. Probier das mal aus. Ich glaub, du bist nicht Trader. Hä? Nö. Man kann die nicht aufheben. Man kann die nicht aufheben. Echt nicht. Nee, man kann die bloß ziehen. Kann man nicht aufheben? Kann man nicht aufheben? Die großen Wasserfässer kann man nicht aufheben. Ach so. Ja, nee. Kannst du wirklich nicht. Nee, mit dem Zaun kommst du hoch. Du musst auf den Zaun springen. Äh. Ist eigentlich Marcel? Hä? Hast du Marcel gesehen? Hm. Äh. Es ist Seth, hätte mich die ganze Zeit locker wegballern können übrigens. Hä? Ja, wie hat Seth, ist für mich eigentlich... Ähm, Seth, du hast gerade einen ziemlich hohen Ping. Ja, danke. Hallo, bloody. Warum bist du nur hurt? Ich bin Philipp und Team, ich auch gerade ganz nett hin und her. Weil ich gerade eben runtergesprungen bin versehentlich. Ach so. Und habe Schaden genommen. Oh, Rifle-Armor. Ich bin einen kleinen Moment auf dem Desktop, um zu schauen, ob er was runterlädt oder nicht. Jupp. Äh, nee. Okay, alles gut. Ich würde es mal bänden schnell. Ich würde jetzt voran liegen. Und, ja. Okay. Ist schon ein Kalender mehr? Hallo? Hallo. Hallo? Ja. Hallo. 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 Immer wieder dieses Windows 10. Und sonst, die sehen es auch. Bei mir stehe ich mich verrehen, okay? Ach, Windows 10. Warum? Oh. Oh. Sag mal, wo bist du eigentlich? Ich bin hier oben. Was treibst du da? Ich habe geschaut, ob ich was gegen den Ping machen kann. Oh, der ist tatsächlich jetzt so gesunken um die 200. Was hast du da hochgelaufen? Ja, ich wurde netterweise vernommen. Ich bin hier gebustet. Cool. Das ist mein Geheimversteck. Marcel, lebst du noch? Okay. Lompi? Aha, aha. Ja, macht weiter. Marcel, äh, nimm mal. Lompi, lebt noch nicht mehr. Äh, ich bin bei den Unkleid. Äh, Dama? Yuki? Ich traue nämlich den anderen nicht, die gerade still sind. Ja, ja, ich würde behaupten, ihr beide seid Traitor, weil... Äh, ja. Kommst du da rauf? Keine Ahnung, weil mich jemand abalatscht und ich mich hier verstecke einfach. Also, ich habe niemanden abgeknallt, wenn du das denkst. Ach, Arma, ausgerechnet du. Ach, Arma, ich habe dir meine Shotgun anvertraut. Da war übrigens Blut dran. Wir waren Blutsbrüder. Hey, die kommt doch mal raus. Nein. Nein. Du Arschloch. Nein, wo bist du? Oh Gott. Oh Gott, ich bin fast runtergefallen. Ja, Blödi, wie lange hast du noch? Hör 10 mal. Also, äh, ich kann mich nicht beklagen. Hm. 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 Was ist passiert? Was? Zeit war vorbei. Da hingen wir ein bisschen hinterher. Oh Gott. Ich muss nochmal anfangen zu schießen, aber... Blödi, ich wusste, dass du es bist. Wenn ich denke, dann... Ich bin immer nicht sicher, wie schießen darf. Ich habe voll vergessen, wie ich hier hochkomme, überhaupt. Ich wusste es eigentlich mal, aber... Ich weiß es immer noch nicht, wie man da hochkommt ohne Buchen. Äh, hier unten irgendwie über diesen... über den Kühlschrank. Aha. Da müsst ihr auch aufpassen, weil der geht wirklich nur als später auf. Ja, also nicht auf... Immer bewegz. Ja, also nicht auf... Immer bewegz. Das war einfach ein Freund. Hat doch keinen gestörter, als ich schon am Piebeln... Hat doch keiner mitbekommen. Ja, doch. Ich hab's. Aber es war echt nett von euch, dass ihr gewartet habt. Alter, aber... Ja. Man hat einen Hoch, gell, da oben. Ja. Ich hab mal Zelda oben gesehen. Ich dachte, da kommt eine Traitor drauf und hab deshalb auf ihn geschossen. Und ich hab Yuki dafür ermordet. Ja. Also, Marcel, ich hab dich gerecht. Ja, danke. Na, Yuki ist wahrscheinlich jetzt Traitor. Wahrscheinlich. Wieso soll ich wirklich sein? Amma! Oder Amma ist Traitor. Ich würd sagen, die letzten beiden, die es überlebt haben. Also, Seth und ich. Die Traitor. Seth und Sladi. Seth und Sladi. Und Amma. Amma ist es. Amma ist es. Das ist gut. Was? Leute geschossen. Weil dann kam er unten jetzt. Was? Jep. Du hast achten. Oh, jetzt sind circa... Sind circa 8% weniger. Scheint ihr, wenn ihr jetzt macht Yuki. Lompi lebt wieder? Hä, was? Wie lebt wieder? Ich war noch nie tot in dieser Runde. Hallo Seth. Nicht Lompi. Hallo Seth. Wir haben es irgendwie immer, dass wir hier zu dritt sind, ja? Seth, was los? Ja. Bleiben immer hier stehen. Der Pedoger hat mich angeschossen. Das letzte Mal, als wir hier alle zu dritt waren, dann waren wir alle innocent, glaub ich, oder? Da hat einer von der Seite geschossen. Ja, das hat er von der Seite geschossen. Ich habe auch mitgekriegt. Da hat er von der Seite geschossen. Ich versuche ihn zu schneiden. Also einer von euch dahinten ist Traitor. Er hat definitiv versucht von der Seite zu schießen. Ja. Gerade eben kann man uns an uns karten. Also sollte ich mit der OZ von der Seite schießen. Marcel, wieso sagst du, warum fragst du? Ich habe nur gesagt, dass einer von der Seite geschossen hat. Ich habe nicht gesagt. Ich bin ja auf der anderen Seite. Ihr seid doch, ihr alle seid auf der Seite. Ich bin mit Sessi auf der anderen Seite und wir haben auch immer Schüsse gegen die Wand. Also die Patronen. Echt? Oh, endlich habe ich mal einen Moon gefunden für meine Shotgun. Ja. Ah, da hinten kommt Lompi. Ja, ja. Sogar Marcel. Marcel. Als Jesus. Rosh und Jesus wirst du doch auseinander halten können, oder? Mama. Ja. Ich will mir nur eine andere Waffe holen. Okay. Wait, Marcel. Kann mir jemand sagen, welche Rutsche ich nicht verwenden darf? Die Große. Die Große. Wie war das? Marcel ist Traitor, wenn er keine Waffe hat. Also darf ich die Kleine hier verwenden. Ja, ich habe nicht. Marcel ist es. Marcel ist es. Marcel ist es. Amma ist es. Amma ziert auf mich. Nein, tue ich nicht. Ah. Oh Gott. Hm. Ich lauf hier frei rum. Das hält er nur noch da hinten am Start? Ja. Warte, ich mach dir mal ein bisschen das Fenster auf. Wir wurden gerade beide angeklemmt. Das Fenster als in der Brauns wurde gerade daneben geschlossen. Ah, ja. Auch bin ich im Depple. Deswegen aus Sicherheit. Deswegen aus Sicherheit. So, kann man auch nachladen. Mit Waffe wegwerfen und wieder aufsammeln. Okay. Ja. Reaper Style. Ja stimmt. Reaper Style voll. Total. Okay. Aha. Was ist denn hier hinten eigentlich auch? Wah! Ich bleib beschossen. Ich bin Furzi. Ich bin Furzi. und, ähm, Vegeta. Vegeta-Charakter ist böse. Ne, 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 ne. Doch, 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 doch. Er hat mich 100% angefürzt. Doch, doch, doch. Ich geh sofort in die Luft. Guckt alle in die Lümmel. An der kleinen Rutsche. Oh. Okay. Ich hab nix gesehen. Ja. Ja, ich bin mir ganz sicher. Aha, hier ist ein Vegeta. Die Frage ist jetzt, ob du was gemacht hast. Das Problem ist, wenn ein Vegeta, wenn ein anderer Vegeta was gewechselt hat, dann, äh, könnte man auch machen. Okay, Leute, stimmt. Soll ich, soll ich einmal abballern? Ja, nein, vielleicht. Ja, ja, klar. Warum willst du, dass wir hier einmal töten, Marcel? Ja, wenn er, wenn er auf Lumpy geschossen hat, das ist doch nur die einzige logische Schlussfolgerung. Das Problem ist, jeder kann auch das Kostüm ändern. Achso, oh, stimmt, 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 stimmt. Oh, hi, buddy. Hi. Braindemon. Ich bin Pädobain. Ich weiß. Ich vertraue dir jetzt einfach mal. Seth ist noch hier. Und hier ist hier. Marcel ist bei mir. Wo ist eigentlich Seth? Seth ist bei mir. Ja. Achso, äh. Seth ist, äh, außerhalb der Map. Seth ist außerhalb der Map? Ja. Wo ist er denn? Ladi ist alleine beim Traitor-Raum, ich wollte es nur sagen. Der Traitor-Raum ist übrigens auf. Nein, man sieht dich, Seth, wegen deinen Ohren. Hi. Hey, du Bärfrau und sind so, guck mal raus. Okay, da kommt jemand, da kommt Marcel. Der Traitor-Raum ist übrigens auf, kann mir das mal allen erklären? Ich bin grad nicht dort, keine Ahnung. Ich bin zwar da, aber der ist aufgegangen. Ja. Ja. Okay, Bloody ist es einfach. Äh, ich glaub, den kann aus einer gewissen Entfernung auch machen. Das ist, das ist Leiche im Wasser, gell? Das ist Lumpy, ja. Na, ich geh mal hin. Wurde schon confirmed? Nee. Äh, well, ich, Yuki. Ich confirm, kurz. Yuki scheint Traitor zu sein. Innocent. Ich weiß, ich will immer raus, als ob was sagt. Nein. Amma. Nein. Oh, Amma ist tot. Yuki ist Traitor. Amma ist tot. Yuki ist tot. Amma hatte gerade Yuki gesagt. Ja, Yuki. Ich hab gerade einmal aus der Identität geklaut. Und seine Identität. 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 Hallo, Ses. Hallo. Ich beschütze gerade Amma. Gut, dann mach das. Du beschützt die Leiche. Ja. Keine Wiederbelebung der Traitor. Die dürfen sich nicht mehr fortpflanzen. Jutsch. Und das war schön. Wer war's jetzt? Äh, Amma? Ey, Marcel. Marcel war's. Ah, Jan, Alter. Ja, siehst du? Der Schlinge. Aber ich hab den Namen halt nicht gesehen. Ich wollte anvisieren, dass ich den Namen sehe. Aber... Wieso bin ich eigentlich so schlecht? Ich hab genau mit der Menden aus... Boah, du hast meine Identität geklaut. Ja, ja. Während du am Leben warst. Ich hab heimlich... Not that, man. Not that. Ganz kurz mit dem Messer die Identität geklaut. Ja. Das wär so ein Moment, wo man am besten selber der Traitor war, das gemacht hat, damit man das aufnehmen kann. Aber... Ja. Hat leider nicht gereicht. Lumpy, das war nicht der echte Amma, der dich geklaut hat. Ja, ich hab auch nicht gesagt, dass er's ist. Ich hab nur gesagt, wie geht's, ja. Ja, doch. Siehst du, ich hab recht, ja. Ja, es ist... Er benutzt gar nicht 4-Stand. Ja, das stimmt. Das ähm... Ja, ja gut, ich sollte mal aufwenden. Das ist so seine Standardwaffe. Ich sollte mal aufwenden, damit so... Könnte nicht. Dann deswegen wolltest du, dass ich Amma töte, du Schlingeldu. Na ja. Warum lasst ihr mir nicht meine Waffe übrig? Wer wird tauschen, der Jutsch gegen den Schwarz-Garn? Okay, hier bitte. Nee. Das kann ich nicht. Okay, Lumpy verfolgt mich. Ich verfolge den doch gar nicht. Was? Bist du jetzt schon wieder so paranoid, ey? Amma zählt auf mich. Dann wieder. Hinter mir ist Marcel. Oh! Mein Piru-Gefolge. Was machst du denn deine Pistole? Ich bin ne Diegel! Kurz Kopfkratzen und so, ne? Ich weiß nicht, hab ich ja schon mal ne Diegel gefunden? Keine Ahnung. Ja, ja. Gibt's schon. Gibt's schon. Gibt's schon. Nee, gibt's keine. Achso. Ich dachte jetzt schon, der hätte es irgendwie... Aber Yuki, du hast doch deine Rache jetzt bekommen. Geht laut, also. Du hast mich mit einer Melone gekillt. Du hast dir voll in mein Gesicht geschossen. Ja, ich war schön. Ja, ich war schön. Ah. Halo-Bear und Vegeta. Nee, Marcel. Scheint sich gegen Gott. Ich bin runtergefallen. Ich hab noch 64 Leben. Marcel kann das beweisen. Ja. Ach, ne. Was soll ich beweisen? Dass ich gerade so runtergefahren bin. Hey, was? Hey, wo kommt noch? Lumpy kommt hinter uns. Wer war das? Wer war das? Ja. Ich bin gerade so übergesprungen, ich jabte die hatır. Ich hab' immer super was tötet. Hit mir. Hilt dir. Hilt мин. Hold hold. Lumpy dann. Lampy... Lamped? Lampy? Lampy zurück... What? Lampy. Lampy, motherfwin Saint opened孩子. Was? Nein, ich bin hinter dem. Achso. halt hast du jetzt glück gehabt ich war schon richtig am abzug ich wollte schon fast so ein haufen ballern okay das war hat geschossen ja er hat auf dich geschossen ich will richtig hat verwirrt meine lieben freunde ich auch vor allem weil ich gerade nicht wo der ist nein ich kreise scheiße mann ja das war mit dieser runde dann würde ich sagen hören wir und sehen wir uns in der sechsten folge ernst ges 여기서